Yo Leute was geht und willkommen zu einem neuen Live Commentary und ihr seht es wahrscheinlich schon ich habe einen neuen Rahmen Links oben, äh rechts oben, ja genau, rechts oben Und äh ja, ich spiele hier mit der SMR Mit der Gauner-Tarnung, dies, das Alter ich habe schon wieder aufgegeben und aufgehört zu schießen, Mann, weil ich dachte ich sterbe Hilfe ey Aber ich werde nicht so viel reden, weil ich mich aufs Gameplay konzentrieren will Scheiße, Mann Ich hoffe, der kommt jetzt hier rein und lässt sich einfach töten Nice, Mann Da sind viele, Mann Okay, einer ist da gestorben, da ist bestimmt noch einer Okay, da ist keiner mehr, okay Ja, und ähm, was ich letztes Mal glaube ich vergessen habe zu sagen ist, äh, welche Waffe ich spielen soll Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben Und dann werde ich das Ist da noch einer? Ne So gut wie es geht, also die meisten Kommentare einer Waffe, die werde ich dann wahrscheinlich spielen Gucke ich mir dann einfach mal an Ja, und wenn ich dann Bock drauf habe, dann nehme ich die Und versuche dann da was für euch zu erspielen Boah, er gibt die mir einfach Kommen die hier lang? Ja, okay, einer kommt hier rein, glaube ich Ja, das war natürlich sehr geil Los, komm rein Okay, der kommt nicht rein Dafür holen wir uns den einfach locker weg Und, oh, wie geil Oh mein Gott, drei Leute Ein anderes weggerannt Gut Ich versuche mal da hinten die zu holen Auf der linken Seite Ich habe ja noch C4 dabei Wow Achtung Alter, der Orbi ist manchmal auch so ein bisschen verzerrt Oh Scheiße, jetzt sterbe ich, Alter Wohoho, das war knapp Jetzt muss ich mal aufpassen Den haben wir noch Puh Der ist ja schon down, ja Ich mache mal den Blitzschlag noch nicht an Wow Ich will jetzt hier nicht verrecken Scheiße, jetzt wissen die, wo ich bin, Mann Geil wie der Orbi Geh weg Geh auch weg Hier kommen so viele, Mann Da kriege ich schon irgendwen von Los, kommt rein Sie kommen nicht rein, wie geil Scheiße, Alter Wie hat der mich gekillt Er war so rot Und ich gebe ihm noch einen SMR-Hit, Mann Habt ihr das gesehen? Krank Alter Der hätte eigentlich Mindestens zweimal tot sein müssen, Mann Fuckt mich gar nicht ab, der Typ Ey, ich bin One-Hit, oder was? Hurensohn Ey, so eine Scheiße, Mann Ich war fast auf 20er Gunstreak Naja, egal Dafür ist die Runde gleich zu Ende Und jetzt nicht nur unnötig sterben, Mann Komm CFR fliegt rein, ich sterbe Da war noch einer Shit Alter, was macht der Sniper hier oben? Was geht bei dem ab? Oh, ich dachte, das wäre ein Knife Runner Kommt vielleicht nochmal Blitzschlag Ja, das könnte nochmal was werden So, da noch irgendwas Der Harz kommt mich doch jetzt nicht gleich ein Oh mein Gott, hab ich den letzten gemacht? Scheiße, Alter Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen 28 zu 2 Live TDM geht auf jeden Fall klar Und guckt euch bitte das Aim nicht an Ich überdecke es lieber Ja, ja, Retarded Noob, genau Ja, also schreibt mir in die Kommentare, was ihr für eine Waffe sehen wollt So als nächstes Oh, Harz ist heute nicht so korrekt gemacht Aber ist ja auch egal Auf jeden Fall Gebt mir einen Daumen, wenn ihr weitere Facecam-Videos sehen wollt Weil mir macht das echt Spaß so Mir wirft es in der Gunstreak, so eine Kacke, Mann Oh, hijacked Naja Auf jeden Fall werde ich jetzt gucken, ob ich vielleicht noch eine Runde aufnehme Und dann nächstes Mal die neue Waffe nehme Das werdet ihr dann ja sehen Und dann würde ich sagen, haut da rein Und bis zum nächsten Mal Outro